Olli, zahlen bitte. Alles okay? Wieso habe ich dir überhaupt vertraut? Es tut mir leid, ich verspreche dir, dass das... Ja, ganz sicher. Das wird das garantiert nicht. Was meinst du denn damit? Ich will dich hier nie wieder sehen. Ich will dich hier nie wieder sehen. Losing Control. Bitte. Jetzt hör doch mal zu. Da kam dieser Anruf und ich musste dringend weg. Du hast mir doch versprochen, dass du hier alles zumachst, bevor du gehst. Warum habe ich denn dir das so deutlich gesagt? Damit dem Helikopter nichts passiert. Exakt. Ausgerechnet dieser Drehzahlmesser. Weißt du, was ich dafür bezahlt habe? Und was wäre passiert, wenn ich diese beiden Jungs nicht erwischt hätte und das Ding einfach eingebaut hätte? Wenn irgendwann mal jemand mit dem Hubschrauber losgeflogen wäre, hätte der richtig Probleme bekommen. Und zwar ein paar hundert Meter über dem Boden. Nur weil dieses bescheuerte Fenster offen war. Es tut mir so leid. Ich weiß, als Pilot muss man sich auf seine Leute verlassen können. Hundertprozentig. Bitte. Ich werde mir Mühe geben. So etwas wird nie wieder vorkommen. Ja. Wird das nicht. Weil ich das von jetzt an alleine mache. Empfohl. Oder wir sparen uns den Umweg und fahren einfach gleich zu mir. Hallo? Sprichst du nicht mehr mit mir? Äh. Entschuldigung, was hast du gesagt? Was ist denn los? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Nein, nein, nein. Äh. Eker, das tut mir wirklich total leid, aber ich ich habe einen dringenden Termin. Mach's gut. Hey, ich habe nicht mal deine Telefonnummer. Was hat sie denn? Keine Ahnung. Vielleicht haben sie sicher gestritten. Sarah, jetzt lauf doch nicht weg. Ich habe das nicht so gemeint. Das hättest du dir früher überlegen sollen. Jetzt warte doch mal. Natürlich gönne ich dir dein Studium an der Musikhochschule. Ich meine, was glaubst du denn? Und warum lässt du mich da nicht einfach spielen? Damit deine Hand endlich ausheilt. Wenn du deine verdammte Hand nicht schonst, dann kannst du das mit dem Vorspielen überall vergessen. Weißt du überhaupt, wie schwer Brahms dritte Klaviersonate ist? Was hat das denn damit zu tun? Besonders das Gerst du im dritten Satz? Das Tempo, die Intensität. Da muss man immer dranbleiben. Hundertmal wiederholen, tausendmal. Immer wieder dieselben Läufe. Ja, und das verstehe ich ja auch. Nein, das tust du nicht. Das tue ich wohl. Sarah, ich bewundere dich sogar. Für deine Disziplin, deine Ausdauer, deine Leidenschaft. Dass du dich jeden Tag, Tag für Tag, immer wieder an den Flügel setzt. Ach, das kannst du doch überhaupt nicht verstehen. Du musstest in deinem ganzen Leben noch nie wirklich um was kämpfen. Noch nie so richtig, nie so, dass es wehtut. Du warst immer Graf Lahnstein. Dir ist immer alles in den Schoß gefallen. Also bitte tu nicht so, als könntest du nachvollziehen, wie ich mich fühle. Gräfin. Ja. Ich habe sie vorhin zufällig im Schneiders gesehen. Was war denn los? Wieso? Weil sie so plötzlich aufgebrochen sind. Ich hatte einen Termin. Ja, sicher. Das kann schon mal passieren, wenn man so im Business steckt. Sonst noch was? Ob wegen der Gästeliste. Ich würde mich gerne auf die Sponsoren vorbereiten und habe ein paar spezielle Fragen zu ihren Vorlieben. Muss das jetzt sein? Natürlich nicht. Das können wir auch morgen machen. Dann also bis morgen. Schlafen Sie gut. Gut schlafen. Wie denn? Wie konnte ich ihn nur so enttäuschen? Hier haben Sie sich versteckt. Ich habe Sie schon überall gesucht. Gibt es hier keinen Kerker, in den man mich einmauern kann? So schlimm. Was ist passiert? Es ist vorbei. Er will mich nicht wiedersehen. Dass das auf Dauer nicht gut geht, war von Anfang an klar. Ich habe es Ihnen gesagt. Deutlich genug. Aber dass es so schnell vorbei sein muss. Dabei ist alles meine Schuld, wenn ich dieses verdammte Fenster nicht offen gelassen hätte. Verzeihung. Welches Fenster? Sie hatten recht. Sie werden darüber hinwegkommen. Ich werde ihn nie wiedersehen. Dieses verdammte, vermaledeite Fenster. Und deswegen regst du dich so auf? Findest du das nicht ein bisschen übertrieben? Nein. Nicht, wenn es in meinem Hangar passiert. Nicht, wenn es um meinen Hubschrauber geht. Wir sind doch alle nur Menschen. Ja, ja. Amen. So, ich habe alles ausgemacht. Bis morgen. Ciao. Ja, ciao. Sie hat ihre Chance gehabt. Sie hat sie vermasselt. Sie hat vergessen, ein Fenster zuzumachen. Ja, du hast ja gesehen, wohin das führt. Trotzdem. Trotzdem. Was? Was? Was willst du mir sagen? Du hast so heftig reagiert, als ob sie es extra gemacht hätte. Also gib ihr noch eine Chance. Hallo, Sarah. Hallo, Elisabeth. Warst du so spät noch spazieren? Und ohne Jacke? Ist alles in Ordnung? Nein, nicht wirklich. Leonard und ich, wir haben uns gestritten. Er ist aber auch manchmal so unsensibel und er weiß immer alles besser. Leonard. Du hast heute Mittag mitbekommen, dass mein Vorspiel nächste Woche ist. Ja, und jetzt will ich jede freie Minute üben. Ja, natürlich. Solange deine Hand das mitmacht. Jetzt fängst du auch schon so an. Egal, ob meine Hand gesund war oder nicht. Ich musste immer hart für meine Prüfungen arbeiten. Nicht so wie Leonard dem immer alles zugeflogen ist. Bist du sicher, dass wir von demselben Leonard sprechen? Ich kenne nur einen. Ich auch. Aber dem ist überhaupt nicht immer alles nur so zugeflogen. Ganz im Gegenteil. Wieso? Leonard wollte schon immer Arzt werden und das gegen den Willen seines Vaters. Johannes hat alles daran gesetzt, ihn davon abzubringen. Ich weiß, aber er hat keine Möglichkeit ausgelassen, ihm Steine in den Weg zu legen. Aber Leonard hat gekämpft und er hat sich durchgesetzt. Ich glaube, ich habe ganz schön überreagiert. Ich habe ihm ganz schön harte Sachen an den Kopf geworfen. Natalie, was machst du denn hier? Du, ich war nur neugierig. Was war denn los mit Schneiders? Dann kommst du mitten in der Nacht hierher, um mich das zu fragen? Du kannst dich erst dein Herz ausschütten und dann erwarten, dass ich mich raushalte. Du bist wegen ihr abgehauen, stimmt's? Wegen wem? Oh Mann, Carla, du weißt genau, wen ich meine. Kaum betritt Stella das Schneiders, ergreifst du die Flucht. Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Ach, nein? Warum sollte ich vor ihr weglaufen? Wovor bist du denn dann weggelaufen? Ich war müde. Weißt du, wie unterirdisch langweilig mein Flirt war? Da musste ich einfach weg. Komisch, ich hatte den Eindruck, dass du dich ganz gut mit ihr amüsiert hast. Da täuscht du dich. Carla, kannst du mir mal sagen, warum ich mich heute vor allem rechtfertigen muss? Ich dachte schon, du übernachtest im Park. Ach, hast du mich erschreckt? Ich dachte, du schläfst schon. Hör mal, es tut mir leid, ich... Aber es tut mir leid, dass ich... Du zuerst. Das könnte dir so passen. Wie gesagt, es tut mir leid, ich habe dich behandelt wie ein kleines Kind. Ich schätze mal, du weißt am besten, was du deine Hand zumuten kannst und was nicht. Deswegen vergiss einfach, was ich gesagt habe, okay? Aber nur, wenn du vergisst, was ich gesagt habe. Von wegen, dass dir immer alles in den Schoß gefallen ist und so. Das war kompletter Blödsinn. Es ist nur so... Es ist nur so, dass ich wahnsinnige Angst habe vor der Zukunft. Und was passiert, wenn ich meine Prüfung verpatze? Dass mein Traum zerplatzt? Weißt du, ich habe mein ganzes Leben lang auf diesen einen Moment hingearbeitet. Die Abschlussprüfung im Musikkonservatorium. Und dann... Ich wollte immer Pianistin werden, Leonhard. Nichts anderes. Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe auch immer bloß ein Ziel verfolgt. Ich wollte immer Arzt sein. Was hättest du getan, wenn daraus nichts geworden wäre? Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Eben. Was soll ich denn nur tun, wenn meine Hand nicht wieder gesund wird? Wenn ich nicht mehr spielen kann, dann stehe ich vor dem Nichts. Hey. So weit wird es nicht kommen. Ich bin mir ganz sicher, dass du deine Prüfung bestehen wirst. Du glaubst an mich. Natürlich glaube ich an dich. Wenn ich nicht an dich glauben kann, an wen sonst? Hast du die Beschilderung kontrollieren lassen? Ja, alles perfekt. Auch zu den Parkplätzen? Man muss schon blind sein, um sie zu verfehlen. Gut. Ach ja, was ist mit dem Pressetext? Liegt bereit. Gut. Möchtest du nicht doch eine Kopfschmerztablette nehmen, Carla? Nein, nein, es geht schon. Läuft denn die Wipp-Betreuung? Ja, Stella hat sich mit Charlie abgesprochen und ich denke, sie hat alles im Griff. Und was bedeuten die grünen Punkte? Ah, die vegetarischen Menüs. Und die roten? Kein Alkohol. Fragen Sie mich nicht nach dem Grund. Für ein Gläschen Champagner gibt's doch immer einen Grund. Zum Beispiel als Warm-up für ein Sponsorenevent. Gläschen gefällig, die Damen. Vor dem Frühstück? Aber sonst geht's ja gut. Deswegen, meine Liebe, nennt man das Ganze ja Champagnerfrühstück. Na so. Ja, warten Sie erst mal, bis die Gäste da sind. Ich glaube, wir müssten alles haben. Ja. Pass auf. Ich wollte Grief in Lahnstein noch nach dem persönlichen Vorlieben einiger Sponsoren fragen. Ja, dann wird's aber höchste Zeit. Das ist sie. Guten Morgen, Stella. Ich hoffe, Sie haben jetzt keine Hiobsbotschaften für mich. Ich wollte mich nur noch über einige Gäste erkundigen. Ja, dann, ähm, ist das wohl jetzt die letzte Gelegenheit. Aber ich finde es schön, dass Sie so gewissenhaft arbeiten. Ich bin gleich da. Danke, bis später. Was ist das denn? Ein Schraubenzieher. Ah, okay. Und den trägst du die ganze Zeit mit dir rum, damit er dir nicht geklaut wird? Soll ich vielleicht alle Fenster schließen? Es gibt nicht viele, die damit umgehen können. Frauen schon gar nicht. Ja. Eins dieser seltenen Exemplare musstest du ja unbedingt vertreiben. Quatsch nicht, oder? Moment, Kaffee. Ziemlich schade, dass du sie in die Wüste geschickt hast. Wird jetzt ganz schön einsam in deinem Hangar. Ich arbeite eh viel lieber alleine. Auch in den Pausen? Halt's Maul. Ein Drittsalmesser. Ja. Wie schnell könntest du so etwas besorgen? Für eine 47er. Ja, genau. Großartig. Danke. Auf Wiederhören. Luise. Ich kann es ja gut verstehen. Aber Sie tun sich damit kein Gefallen. Was können Sie verstehen? Es ist sicher schön und erholsam, in eine andere Welt zu flüchten. Ohne Verpflichtungen, ohne Termine, ohne Protokoll. Und verboten ist es auch nicht. Nein. Aber es hat seine Konsequenzen. Das sollten Sie nicht vergessen. Das werde ich ganz bestimmt nicht vergessen. Und dass Sie verlobt sind. Ich habe im Hangar einen Fehler gemacht. Und den möchte ich wiedergutmachen. Mehr nicht. Vielleicht nimmt Gregor mein Entschuldigen ja doch an. Guten Morgen, du Schlafmütze. Musst du heute nicht arbeiten? Nein, ich habe im Krankenhaus angerufen und mir freigenommen. Einfach so? Einfach so. Das war überhaupt kein Problem bei meinen Überstunden. Ja, super. Dann haben wir ja heute den ganzen Tag für uns. Ganz genau. Es sei denn, du hast irgendwas anderes vor. Nein. Das heißt, doch. Nur sag schon. Die Prüfung. Du willst die Zeit zum Üben nutzen. Ja. Ich muss bestehen, egal wie. Was soll denn sonst aus mir werden? Ja. Das verstehe ich auch. Du musst üben. Und was ist mit meiner Hand? Das ist der eigentliche Grund, warum ich mir freigenommen habe. Ich dachte, du schonst sie heute vielleicht mal und wir unternehmen was. Sarah, ich verspreche dir hoch und heilig. Ich lasse dich danach bis zu deiner Prüfung in Ruhe. Du kannst so viel üben und proben, wie du willst. Krieg ich das schriftlich? Mit Brave und Segel. Na, wenn das so ist, dann gehöre ich heute nur dir. Hm. Sarah. Na ja, mal nochmal. Ich bin ein verheirateter Matten. Ach so. Und deshalb macht dir das jetzt weniger Spaß? Nein, nein, das nicht. Aber Intensität und Leidenschaft, die lassen da schon nach. Das ist in einer Ehe ganz normal. Ich verlange die Scheidung. Komm her. Geht's gut. Oh Gott. Wo bleibt sie denn bloß? Sie meinen Carla? Hm. Viel Zeit bleibt uns ja nicht mehr. Ne, jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen. Wenn sie gesagt hat, dass sie kommt, dann wird sie schon kommen. Ja, aber am liebsten, bevor die Veranstaltung hier anfängt. Stella, jetzt setzen Sie sich mal in Ruhe hin und trinken einen Kaffee. Was darf sein? Espresso, Latte Macchiato, Cappuccino. Vielen Dank. Ich komme später nochmal drauf zurück. Gott sei Dank. Ich dachte schon, Sie schaffen es nicht mehr rechtzeitig. Der Verkehr. Hier, habe ich die Liste. Und ich habe die persönlichen Vorlieben der Gäste notiert. So können Sie ihnen dann jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Das wird ja jetzt kein Problem mehr sein. Hallo, Carla. Hallo. Ich hoffe, das wird die Laune der Gäste heben und ihre Geldbörsen öffnen. So funktionieren Sponsoren im Kulturbetrieb nun mal. Hier, der Herr von Buhr zum Beispiel, der trinkt nach dem Essen gerne einen trockenen Cherry. Am liebsten einen Manzaniler. Und die Fürstin Guerillet, die hat es gern, wenn man ihr nach dem Essen eine Zigarette reicht. Sie ignoriert das Rauchverbot aus Prinzip. Alles klar. Und Herr Premier, der trinkt in der Gegenwart seiner Frau kein Tropfen. Aber nach dem Essen wird er sich diskret auf die Toilette zurückziehen. Wo er dann? Wo er dann in einem geschützten Winkel der Theke ein Glas Weißwein für sich finden wird. Natürlich gut gekühlt aus dem Doubo-Tal. Ah, George und Estelle Trepanier? Ähm, ja, das ist ein sehr exaltiertes, aber durchaus sympathisches Ehepaar aus der Schweiz. Er betreibt seine Privatbank und sie vergnügt sich gerne beim Skifahren in der Nähe von Düsseldorf. Skifahren? Hier im Rheinland? Ja, ja, da soll es irgendwo eine Halle geben, in der man auf Kunstschnee Skifahren kann. Aber warum macht sie das ja nicht in den Bergen? Ich meine, davon gibt es doch genug in der Schweiz. Das gibt es schon, aber sie hat sich in den Leiter der Skihalle verliebt. Ah, ich verstehe. Ganz egal. Die beiden, die trinken auf jeden Fall ausschließlich Weißweine aus der Chabali-Traube. Und zwar nur den Yvonne oder den Desalé. Hab ich noch nie gehört. Das macht nichts. Wichtig ist nur, dass die Weine auf einem separaten Regal links im Kühlraum stehen. Links separates Regal, okay. Wenn Sie noch Fragen haben, dann wenden Sie sich einfach an Frau Schneider. Sie kennen Ihre Gäste wirklich gut. Fragen Sie nicht nach dem Preis. Also, ich fand unser Frühstück im Bett eigentlich schon recht vielversprechend. Was machen wir denn jetzt mit dem Rest unseres Tages? Ganz egal. Hauptsache, wir machen es zusammen. Wie wäre es denn zum Beispiel mit Schlittschuhlaufen? Super. Das habe ich schon Ewigkeit nicht mehr gemacht. Okay. Dann können wir anschließend direkt ins Café Samovar und trinken noch einen steifen Krok. Und wenn du dann noch nicht zu müde bist, dann könnten wir noch ins Kino gehen. Perfekt. Und danach gehen wir zu dem kleinen Italiener. Du weißt schon, der mit der leckeren Griepoli. Oh, schade. Ich dachte eigentlich, wir könnten unser Dessert im Bett nehmen. Oh. Bitte nicht das Krankenhaus. Von Lahnstein? Hören Sie, kann das diesmal denn nicht jemand anders machen? Ja, schon gut. Ich verstehe. Bis gleich. Ich weiß schon. Im Notfall und du musst sofort weg. Es tut mir leid. Ich verspreche dir, wir holen das nach, okay? Ach, es ist ja nicht deine Schuld. Mach dir trotzdem einen schönen Tag, ja? Wie denn? Ohne dich. Hey. Bis später. Ach ja, und eins musst du mir versprechen. Lass bitte deine Finger vom Klavier, okay? Deine Hand braucht jetzt Ruhe. Ja, ja, ich weiß schon. Bis nachher. Ach ja, eins noch. Frau Rümkorf, die verlegt gerne mal ihre Brille. Danke. Von allein wäre ich da nicht drauf gekommen. Einige Situationen hätten sonst peinlich werden können. Ja, das war es schon. Ging ja fix. Dann werde ich mit Charlie noch ein Espresso trinken. Darf es auch ein Champagner sein? Ich dachte, wo du schon mal da bist, kannst du gleich den Aperitif aussuchen. Ich muss noch mal in die Holding, das geht nicht. Na, jetzt lüg nicht. Eben wolltest du noch einen Espresso mit mir trinken, oder? Ja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ach nee, auf einmal. Von mir wolltest du keinen. Erstens habe ich inzwischen gefrühstückt, und zweitens ist das rein dienstlich. Hm, toller Job. Tauschen wir. Auf keinen Fall. Ein 87er Baron Fabrice Herrette. Grand Cru. Greift und voll auf der Höhe. Tschüss. Such a beautiful, such a beautiful lady. Ging ja bis zum nächsten Mal. Ging ja bis zum nächsten Mal. Und der kommt da vorne an die Bar Auf einen perfekten Empfang Auf einen spitzen Team Ich meine uns beide. Wir haben das wirklich richtig gut hingekriegt. Finden Sie nicht? Das stimmt Auf uns 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 Auf uns